Ich bin Erzieherin hier in der Kindertagesstätte Fredolino in Fredenberg und wir haben hier im Haus 93 Kinder. Davon sind 45 im Krippenbereich und 43 im Kindergartenbereich. Für mich persönlich bedeutet Vielfalt eine Bereicherung in meinem Leben, weil vieles Neues spannend ist, was mich interessiert, was mich neugierig macht. Und ich glaube, wenn man das auch so auf den Kindergartenbereich überträgt, ist das einfach, alle Kinder sind neugierig von Natur aus. Und egal, woher man kommt, was man mitbringt, wie man aussieht, es ist egal, es ist spannend, was diese Kinder mitbringen und was sie letztendlich uns auch dalassen. Das heißt, wir profitieren davon. Wir haben hier einige Kollegen, die auch einen Migrationshintergrund haben. Die nutzen wir natürlich, und das ist der Vorteil hier, mit anderen Kindern ins Gespräch zu kommen, mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Wir sind hier ein sozialer Brennpunkt in Fredenberg und da haben wir natürlich auch ein hohes Klientel an Sprachen, die nicht in der Schule bedient werden, wie Englisch, Französisch oder Spanisch, sondern wir brauchen Kurdisch, Arabisch, Polnisch, Russisch. Das sind all diese Sachen, die zum Teil unsere Kollegen hier mitbringen und natürlich im Dialog mit den Eltern und mit den Kindern von Vorteil sind. Das heißt, wir profitieren einfach von dieser Vielfalt. Und ich denke, das sollte jeder wahrscheinlich machen. Ich persönlich finde es schön, so mit Menschen zu tun zu haben, die verschiedene Hintergründe haben im biografischen Bereich oder auch im sprachlichen Bereich, weil es ist einfach spannend, was man dort hört, was man für Geschichten mitbekommt. Und es macht nicht Angst. Die Angst kommt einfach nur, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Jeder muss einfach die Sachen hinterfragen. Man muss einfach nachfragen. Hey, was machst du? Warum isst du da? Warum machst du das so? Und wir im Kindergarten haben dann auch gesagt, wir werden interkulturell auch aktiv sein und machen einmal im Monat ein interkulturelles Frühstück. Die Kollegen planen spezielle Angebote. Jetzt haben wir zum Beispiel Ende diesen Monats ein arabisches Frühstück, wo Eltern natürlich sich auch wiederfinden, arabischstämmige Menschen, die herkommen und sagen, boah, die machen ein arabisches Frühstück hier im deutschen Kindergarten. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das ist etwas, was diese Menschen auch wahrnehmen sollen. Sie sind neu in diesem Land. Sie sind, es ist fremd, es ist alles anders. Und wenn man dann sieht, dass da eine Bereitschaft ist, uns auch zu zeigen, dass es interessant ist, was ihr mitbringt, das ist spannend. Die bereichern uns auch aktiv. Die fragen, sollen wir was zu essen mitbringen, ihre Nationalitäten. Das ist unglaublich. Da ist so eine große Bereitschaft auch von diesen Menschen zu sagen, ich möchte hier mitmachen. Ich würde mir wünschen, dass alle offen sind. Einfach in die Ebene eines Kindes gehen. Wenn ein Kind in einen Raum betritt, guckt es erstmal alles an. Es hat keine Vorbehalte, gar nichts. Es geht einfach hin, es fässt die Gegenstände an, es berührt diese Gegenstände, es spricht mit diesen Gegenständen. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich auch machen sollten. Wir sollten auf die Menschen zugehen, mit ihnen reden, einfach fragen, hey, was ist, kann ich dir helfen? Ich habe nicht das ultimative Recht, in einem Land zu leben, wo Frieden und alles gut ist, zu sagen, du gehörst hier nicht hin. Und das ist leider ganz oft eine unterschwellige Stimmung, die man mitbekommt. Das ist immer diese Unsicherheit, diese Angst vor dem Anderen. Aber dass wir im Grunde davon profitieren, davon profitieren wir schon die ganze Zeit. Alle Dinge, die bei uns im alltäglichen Leben sind, sind Dinge, die wir von anderen Menschen bekommen haben. Das ist nicht immer oft unsere Sache. Wie man zum Beispiel sagt, ob es jetzt die Dönerbude ist oder ob es die Pizza ist, all diese Sachen, die haben wir nicht erfunden, sondern das waren die anderen gewesen, die es hierher gebracht haben. Und wir nutzen es. Und wir können noch viel mehr voneinander nutzen, wenn wir offen aufeinander zugehen.